Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo beziehungsweise auch eine Antwort auf eure Fragen. Wie geht es denn jetzt weiter mit WoW hier bei Moonboons World, nachdem Legion released wurde am Mittwoch, beziehungsweise am Montag, auf Dienstag war es ja eigentlich schon. Und ich möchte das Video eigentlich recht kurz halten und die Frage direkt für euch beantworten. Ich bin natürlich wie alle anderen auch fleißig am Leveln. Und wie auch in der Vergangenheit möchte ich meinen ersten Jar, also meinen Priest, meinen Diszi, meinen Main, möchte ich gemütlich mit meinen Homies und Freunden und mit meiner Freundin und so leveln und einfach so den Content genießen, ein bisschen die Welt kennenlernen und so weiter, die verheerten Inseln. Deshalb wird es hier natürlich kein Let's Play von geben. Und solange ich nichts auf Level 110 habe, wird es auch keine Arena geben und wahrscheinlich auch keine Biggies. Das heißt, der PvP-Aspekt fällt erst mal weg, aber ich denke nicht, dass es für lang sein wird, weil ich schätze mal, dass ich in ein bis zwei Wochen auf jeden Fall Level Level 110 bin. Ich bin jetzt gerade Level 102 und irgendwie so um die 50% zu Level 103. Aber ich habe nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte zum Leveln, weil ich habe keinen Urlaub und nichts. Also ich muss arbeiten nebenher und die Videos machen und so Zeug. Von daher ist ein bisschen eng, aber ich strenge mich natürlich an, dass wir schnell wieder PvP-Content haben werden. Solange es keine BGs gibt und Arena wird sich Folgendes verändern. Und zwar werde ich die Ironboon-Reihe bis auf Level 40 fortsetzen und danach auf Eis legen. Das heißt, ich glaube, wir sind jetzt Level 37, 38 in Ironboon. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt noch das kleine Stückchen bis Level 40 und viele sagen ja eh, dass die Ironboon-Reihe jetzt den Reiz verloren hat, da man ja einen Spec hat und das Ganze dann doch relativ einfach geworden ist, werden wir das auf Eis legen, auf Level 40 und werden ein neues PvE-Projekt heranziehen. Und zwar werde ich dann einen Twink leveln. Und es gibt dann eine Level-Reihe auf der Horde-Seite dieses Mal von 100 bis 110. Ich werde meinen Feuer-Mage-Level Fizzle Grinder. Und ich werde die Level-Reihe wahrscheinlich auch nicht alleine machen, sondern mit meiner Freundin, der Bea, zusammen. Das heißt, das ist jetzt so ein Let's-Play-Together-Dings, wie ich es in der Vergangenheit auch mit dem Fuchs gemacht habe, die Fuchsboon-Reihe. Nur eben diesmal mit der Bea. Und das werde ich dann auch bringen, sobald Ironboon quasi auf Eis gelegt wurde. Und ja, so sieht es aus mit World of Warcraft momentan. Ich genieße Legion. Ich fand, der Start war super. Es macht Spaß, wirklich. Die neuen Gebiete sind wahnsinnig toll. Die Ordenshallen gefallen mir. Die Artefaktwaffe gefällt mir. Es ist einfach wirklich alles top bisher. Ich kann mich nicht beschweren. Und deshalb werde ich auch weiterzocken. Werde es genießen. BGs werde ich erstmal weglassen. Wie gesagt, Arena erstmal weglassen, bis wir 110 sind. Und dann wieder einsteigen damit. Und Ironboon noch bis auf Level 40. Dann auf Eis legen. Und danach kommt dann ein Let's-Play 100 bis 110. Horde mit Fizzle Grinder und der Bea. Das war die Zusammenfassung. Ganz kurz und knackig. Na gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr denkt dazu. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.